Gute und herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22 auf dem Projekt Hofgut Velvet. Ja, wir sind jetzt noch immer noch im Juni. Ich habe jetzt ein Offscreen ein bisschen aufgeräumt auf dem Hof und festgestellt, ja, auftragstechnisch kommt einfach nichts rein. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir bereiten gut, wenn die Nachbarn keine Aufträge für uns haben, räumen wir den Hof auf, machen alles pickepacke voll, weil ab Juli, August, September, Oktober, November sind wir wieder völlig mit den Ackern, den Wingerten, den Hainern beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, als allererstes machen wir mal ein bisschen Holz. Also was heißt ein bisschen? Der ist ja hier der ganzen Umstrukturierung zum Opfer gefallener Baum und der liegt da noch. Und da habe ich gedacht, okay, den machen wir jetzt mal zusammen weg. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so bescheuert an. Ich habe jetzt ein paar Dinge schon vorbereitet. Jetzt sehe ich gerade da vorne, den ganzen Verkehr wollen wir natürlich nicht aufhalten, ne? Dann fahren wir nochmal ein Stück zurück. Machen wir... Nee. Machen wir mal die Blitzerchen an, auch weil man sie kaum sieht. Fahr doch. Genau, danke. Den lassen wir mal laufen. Jetzt müssen wir den erstmal entasten. Nein, ich habe das Ding jetzt gemietet für 900 Euro. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Den darf ich nicht fällen. Perfekt. Den darf ich nicht fällen. Der liegt wahrscheinlich nicht auf meinem Grundstück. Dann versuchen wir folgendes. Oh je. Ich sehe schon. Ich hätte das vielleicht mal vorher ausprobieren sollen. Aber Pflanzensensor anschalten. Nee. So, wir müssen vielleicht mal hinten drauf. Okay. Mit dem Gamepad ist es halt auch nicht so einfach. Ich würde das Ding gerne erstmal ausklappen. Wird schon nicht umkippen. Ja. Jawohl. Jawohl. Dann. Äh. Ja. Hier mal hier runter. Ja. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Also bergen dürfen wir ihn wohl. Dann. Äh. Das ist die falsche Richtung. Ja. Ist aber wieder. Steuerung. Hä? Machen wir erstmal ganz hoch. Den Lachs. Dann drehst du dich mal ein bisschen. Gott sei Dank hängt der Johnny hinten dran. Äh. Vorne dran. So. Jetzt drehen wir den Greifarm. Genau. Schon wieder ganz wilde Folge. Leute. Das sieht. Okay. Jetzt noch ein bisschen. Okay. So. Dann versuchen wir den auf unser Grundstück zu ziehen. Und dann entasten wir den. Komm. Bisschen hoch noch. Genau. Bisschen noch weg. Ist da ziemlich gut verkeilt, glaube ich. Wir verzuren den jetzt mal. Zack. Und dann steige ich aus und fahre mal ein Stück auf die andere Wiese. Das habe ich mir schon fast gedacht. Zack. Und dann. Ein Moment. Da ist halt den richtigen Gang finden. Zack. Tja. Hier links seht ihr. Und deswegen habe ich auch Cosplay aktiviert. Cosplay funktioniert tatsächlich zum Teil mit den Reben. Wenn sie richtig angelegt sind, die Reben. Was sie in meinem Fall nicht sind. Deswegen. Und irgendwie kriege ich es auch nicht mehr weg. Weiß auch nicht warum. Also diese Linien da oben drauf. Aber gut. Lasst euch davon bitte nicht stören. Genau. Oh, es fängt zu regnen an. Perfekt. Ah, nee. Das war eins zu weit. Zack. So. Jetzt versuchen wir. Okay. Da ist durchgeglitscht. Perfekt. Dann machen wir. Hier drehen wir. Dann müssen wir. Genau. Das. Das. Genau das möchte ich. Ich habe halt kein Control. Äh. Kein Joystick. Zack. Ja, das macht. Also physisch hat es jetzt gerade gar keinen Sinn gemacht. Ja. Nein. Einfach nur runter. Runter. Nicht nach vorne. Einfach nur runter, bitte. Danke. Okay. So. Jetzt grab das auf. Wow. Eigentlich ist es ja jetzt Quatsch. So. Ich versuche mal was. Ob wir das hier so wegbekommen. Okay. Ist der jetzt weg? Weil abladen, dann wieder aufladen. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Mach doch den Ast weg. Hm. Okay. Ist genau das, was ich nicht wollte. Okay, gut. Ist ja auch noch nicht weg. Das. Ja. Das ist alles ein bisschen suboptimal. Macht aber nichts. Wir verzuren jetzt den ganzen Kletterradat. Und du hältst safe nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ich verliere euch unterwegs. Und warum ich dich nicht wegsäbeln kann, verstehe ich auch nicht. So. Das. Ah. Die hängen noch irgendwie zusammen. Das hat ja gar nichts gebracht. Junge, Junge, Junge. Aber wie? Nun, gut. Dann fahren wir es halt so zum Verkauf. Kann ich auch nichts für. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt, ich starte jetzt einen Zeitraffer. Der wird auch ein bisschen ausgiebiger, weil ich die Kühe versorgen werde. Vollständig. Ich werde Eier laden und verkaufen. Da komme ich dann raus. Und dann füllen wir nochmal die Gewächshäuser auf, um dann tatsächlich nichts mehr machen zu müssen für dieses Jahr. Also auf dem Hof. Und ja. Dann sehen wir uns oder hören uns gleich wieder. Nachdem ich die Eier aufgeladen habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Und wir gucken mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Was ich jetzt noch mit euch zusammen machen würde, ist, wie viel wollen wir von dem Kredit zurückzahlen? Das ist hier die Frage. Wie viel? Wir müssen noch den Drescher besorgen. Wir sind im Juli, glaube ich, können wir schon ernten. Wir gucken noch mal. Uh, da steht noch was. Den stellen wir mal wieder hier ab. Das Schätzchen aus. Und dann gehen wir mal schnell unter das Dach und dann starten wir mal unser Tablet. Und dann gucken wir erstmal ab, wann wir was ernten können. Wir haben... Was haben wir? Haben wir Weizen oder Gerste auf dem Feld? Wir haben Weizen auf dem Feld, ne? Ja, wir haben Weizen auf dem Feld, okay. Weizen ab Juli. So, und der ist auch, glaube ich, schon soweit. Ja, ja, der ist schon sehr, sehr dunkelgrün. Okay, das heißt, wir brauchen tatsächlich am nächsten Ingame-Tag einen Drescher. So, dementsprechend sollten wir nicht ganz so viel weggeben. Wir, was sagt unser Money-Sheet? Wir haben drei... Oh, das war schon ein geiler Payday, ne? Fast eine Viertelmillion gemacht. Ähm, ich würde tatsächlich 165.000 Euro hergeben. Ich, äh, mal gucken, was passiert. Klär das nochmal im Schnitt, was wir hatten. Ich will auf 100.000 Kontostand rauskommen. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, mache ich noch in der Zwischenzeit. Fangen wir an, die... Ach, guck mal, hier an. Uiuiui, jetzt aber schnell. In der Zwischenzeit gießen wir die Gewächshäuser. Hier habe ich schön aufgeräumt, wie ihr seht. Also, wir befüllen die Gewächshäuser, wir gießen nicht. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aber, lasst auch mal einen Kommentar da, was ihr zu dem neuen Aufnahmemodus mit Timelapse merkt. Mehr Action und nicht nur immer, oh, ich gehe verkaufen oder ich gehe ernten oder ich mache das, ich mache das, wie ihr das findet. Und schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Im besten Fall bin ich gerade live, wenn es online kommt. Ansonsten schaut unten in den Panels unter Öffnungszeiten. Da, das aktualisiere ich jeden Sonntag. Und dann kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen. Tschüss.